Sattel-Költen-Sider sind jetzt Marsch! Mit unserer Telematik, Trailer Connect, kommt eine neue Telematik-Lösung speziell für Költen-Sider und Trockenfrachter auf den Markt, die Maßstäbe setzt. 100% kompatibel zur Schmitz-Cargebull-Fahrzeugarchitektur schaffen wir heute die Voraussetzung für die digitale Vernetzung im Trailer von morgen. Jedes Fahrzeug ist ab Werk mit Telematik ausgestattet, für hohe Verfügbarkeit, Transparenz und Wirtschaftlichkeit. Was braucht ein Költen-Sider, um effizient, nachhaltig, wirtschaftlich und benutzerfreundlich zu sein? Technologie, die Kosten senkt, sicher ist und die Lebensdauer des Trailers erhöht. Bei Schmitz-Cargebull statten wir deshalb alle Költen-Sider ab 2021 mit einer neuen Telematik-Generation Trailer Connect CTU aus. Und sie profitieren von der OEM-Qualität für die Digitalisierung ihrer Logistikprozesse. Mit der BeSmart-App hat der Fahrer Zugriff auf alle wichtigen Informationen des Trailers. So kann er die Laufleistung des Trailers, den Ladestand des eingebauten Akkus, die aktuelle Aggregatlast und den Reifendruck bequem mit dem Smartphone überwachen. 100% smart bedeutet innovative Trailer durch zukunftsorientierte Technologien, Optimierung von Prozessen und CO2-Emissionen durch Transparenz und intelligente Dispositionen. sowie eine nachhaltige Kostenentlastung durch vorausschauende effiziente Planung von Wartungen und Reparaturen. Spannungsangeln 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 Vielen Dank.